Hey ihr Freshen Boys und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen auf meinem Kanal. Hier dreht sich alles um das Thema Liebe. Vom Ansprechen über das Kennenlernen bis zur Beziehung. Egal wie alt du bist und ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Hier auf diesem Kanal beantworte ich jede Woche deine Zuschauerfragen. Oder analysiere deine Chatverläufe. Herzchen, Küsschen, ringen, geil. Hashtag hilft mir, würdest du Single-Börsen wie Tinder und Co. empfehlen. Dieser Chat macht keinen Spaß, aber glaube sie hat Beziehungsangst. Da versagt die Stimme. Du bist ein Lauchbaum. Was ist bitte ein Lauchbaum? Es gibt also Leute, die gehen auf andere zu und sagen, hey, du kannst Klavier spielen. Er schreibt, dann zwinge ich dich halt. Also, über sowas bitte vorher mal nachdenken. Wie du eine Frage oder einen Chat einreichen kannst, das erfährst du übrigens hier oben in der Infocard. In den Jahren habe ich schon vielen Menschen geholfen. Und ja, aus meinen Tipps sind sogar schon Kinder entstanden. YouTube macht mir unglaublich viel Spaß. Und deshalb dreht sich hier auch nicht alles um das Thema Flirten. In meinem Community-Talk gibst du nämlich das Thema vor. Wir sprechen also über den bösen Artikel 13. Ja, Politik. Das ist eine totale Katastrophe. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und sagt einfach, ja, aber das ist verboten. Und wisst ihr, was ich für einen Abi-Durchschnitt habe? Nein, wisst ihr natürlich nicht. Dann denkt man sich echt nur so, ja, du bist halt auch selber schuld. Meine Videos gestalte ich gerne mit euch. Und du kannst Teil davon werden. Ganz einfach, indem du meinen Kanal abonnierst. Das ist auf YouTube kostenlos und du verpasst dadurch kein Video mehr. Und vielleicht taucht dir auch deine Frage schon im nächsten Video auf. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei wärst. Es tut ja auch gar nicht weh. Also Leute, wir sehen uns. Haut rein. Macht es gut. Und ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.